Hallo und da bin ich wieder mit meinem Miros Edge Let's Play, das ist Folge 5 jetzt und ja, da wollen wir gleich mal, wo müssen wir denn hin? Da her, aber ich meinte hier wären noch Polizisten, da kämen noch Polizisten, da würden noch Polizisten kommen, da muss man so, ist hier irgendwas? Nö, aber da kann ich hoch. Hat er dich verschickt? Ihr könnt beide zu Heule gehen, niemand bedroht dich! Ja, ist ja fast ein Renozeros, da fette Typ da, oh. Und tot. Hä? Was hätte ich tun müssen? Ich weiß ja nicht mal wie ich was mache, gucken wir mal kurz noch. Irgendwie geht doch diese Zettelbedrehung. Rückwärts nach oben. Aktion A, angreifen, interagieren, Reaktionszeit erst. Okay. Ziele, Timetrail Reset. Okay. Und wie konnte ich jetzt? Auf jeden Fall interagieren. Also, E wahrscheinlich. E oder zweite Maus. Oh. Hat er dich verschickt? Ihr könnt beide Zeile gehen. Niemand bedroht dich. Au. Hey. Ja, mir geht's gut. WAREN? Genau die Zettel meinte ich. Ich krieg's nämlich nie gebacken. Rechtzeitig, E oder rechte Maustaste oder auf der PS3. Okay, keine Ahnung, ob ich das bitte nicht war. Hat er dich geschickt? Ihr könnt beide Zeile gehen! Niemand bedroht dich! Hey! Ja, mir geht's gut! Was denn? Leute! Ah, wie ich sowas ankotzt. Und zum dritten Mal! Das wird wahrscheinlich jetzt noch so eine halbe Stunde weiter gehen, denn beim letzten Mal saß ich da auch mehrere Minuten dran. Hat er dich geschickt? Ihr könnt beide Zeile gehen! Niemand bedroht dich! Dass man diese Scheiße auch nicht verschenkt hat. Ich muss sich immer wieder die Kacke angucken. Immer wieder! Wann muss ich denn da drücken? Ich mach die Randere schon mal an. Mal gucken, ob die dafür zuständig ist. Weil sonst ist es ja ganz kacke. Oh, wie ist das? Oh, ich bin jetzt noch mal. Oh, ich bin jetzt noch mal. NIEMAND BEDROLLT SIPS! Ich drück doch eh! Ok, ist die Ranna-Vision die das macht Fick dich, Typ Ah! Ich meine, die wäre auf der PS3 trotzdem an der PS3 dass du siehst, wenn du konntest Wir können beide zur Hölle gehen! NIEMAND BEDROLLT SIPS! Deine Mutter bedroht dich nicht! Vielleicht zum Ausfluss, so wird's dann wohl sein Mir geht's gut Du solltest schnell reden Deine Hände fangen an zu schwitzen Du hast Kate Connors reingelegt, richtig? Die Polizistin? Klar! Es muss dein Kopf sein, oder? Ich kümmere mich nicht um Politik Der Kopf erledigt, du? Nein, ich hab jemanden angeheuert Wien? Einen Profi! Wir treffen uns morgen um zwei im Atrium des Einkaufszentrums Du erkennst ihn schon! Warum war Miller hier? Bist du sicher, dass du das wissen willst? Zieh mich hoch, dann reden wir! Vorsicht, Fate! Wenn du mich winkst, bist du Matsch! Klar! Klar! Ah! Ah! Chef! Merck! Hier schießt jemand! Robben hat's erwischt! Passt zur... Die Cops lösen die Party auf, also verschwinde! Okay, dann sollten wir uns vielleicht echt... Mal verkümeln, aber erstmal guck ich mir an, ob hier noch... Was rumliegt? Aua! Nee! Tut's nicht! Und ich weiß nicht, warum's vorher geleckt hat Es leckt auch jetzt wieder Ich hab keine Ahnung, warum Ich hab sonst... Das ist immer von dem anbrüche 60... 34... Das ist... Ich raff dieses... Ich raff's einfach nicht Oh! Oh! Ah genau, noch die Rande, was man ausmacht Hm! Oh! Ist ja vielleicht leichter, wenn man nicht so fette Legs äh... Ich hab die Grafik anscheinend schon runter gedreht Ich weiß nicht an was das liegt Keinen Plan Hammer Ja! Ich liebe diese Legs! Hm! Tut mir leid, Leute Ich weiß nicht, woher sie kommt Also es nimmt einfach da Ich find's auch nicht toll Verletzige gedichtet! Bewego! Bewego! Wow! Einfach... Ich möchte die Framerate ein Ja! Ich möchte die Framerate ein Ja! Ich möchte die Framerate ein Ich möchte die Framerate ein Ich möchte die Framerate ein etwas gefunden so und jetzt wenn nicht mal was gegen die alter bei diesen lex kannst du nicht spielen krass ich weiß nicht an was das liegt die grafik wie schon gesagt schon runter und ist er noch schlimmer geworden so jetzt muss ich aber kurz mal gucken dass ich da irgendwas machen kann was könnte man denn da machen mal eine einstellung geändert mal gucken ob das so jetzt bin ich denn in game und das fängt wieder extrem anzulecken jackknife hat wohl recht gehabt das rope burn dahinter steckt ich frage nicht wer dieser profi ist ich verstehe dein signal such du einen weg lex 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 ich raff gar nichts mehr äh springst du jetzt bitte mal naja dann halt nicht oder halt ja brauchst ja nicht springen so ja ich wollte die wall entlang laufen aber davon hält das spiel anscheinend nichts ich weiß es nicht das signal steht scheint als bitte zur ruhe vor den kopf für den moment der alteste riding park scheint geschlossen zu sein irgendwelche renovierungsarbeit ausnahmsfall sind mal 60 fs was ist los und da waren schon wieder einbrüche was ist los 60 fs mal ohne lex zu spielen ist ja schon fast ein hunder in diesem spiel ja 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 mach doch mach doch mach doch mach doch mach doch ah die kopf schneiden die den weg ab mach die kampf bereit Ok, den Weg bin ich selber noch gar nicht gegangen Das verdammt nicht, ich wollte eigentlich so einen Rawrun King gegen ihn machen Und daraus wurde er wohl, wie man gesehen hat, nichts Aber immerhin habe ich jetzt mal wieder meine FPS zahlen Mehr oder weniger Nehmen sie doch Ich will doch gar nicht, was fixierst du ihn denn noch an? Was war denn das für ein scheiß Ballet? Lass ihn doch in Ruhe Wooh Aber so viel Scheiß muss ich da hin Ja, und wie komme ich da hin? Au Ok, dann probieren wir mal was anderes, dass es nicht langweilig wird Mit meinen ganzen Drohnen und Legs und allem, was hier in diesem Fall schon schief läuft Ja, sie hängt ein bisschen auf den Typen fest, sobald man sie ernst Ah, fuck, Alter So einen Scheiß aber auch Mann, auf der PS3 konnte ich das irgendwie besser das Spiel Ich duck mich doch, warum tretest du denn nicht zu, du kleine Birt Oh Ich bin halt nicht die Levels Ist mir auch egal, mach ich halt aus dem Spiel den Shooter Wuiiii und weg Ich mein ich hab bei BF3 wenn ich aufnehme auch keinen Lelex Ich durfte es hier eigentlich nicht erwischen Ich würde nur mal davon unsicher gehen Aber ich werde von Pungeln erwischt Ok, da gehts noch gar nicht lang Ja, wie komme ich denn da rüber? Oh mein Gott Ok, ich werde wiederum von Pungeln erwischt die mich nicht treffen dürften Weil der Anzug ist Aber der gilt anscheinend nicht für Pungeln Ok, naja egal Da ist sie! Los, los, los! Wie schon gesagt, ich mache aus diesem Spiel jetzt einen Shooter Geht wesentlich einfacher Kommt ihr ja der letzte kriegt den Arschschritt Am Ende des Bahnsteigs gibt es einen Zugang zu den Gleisen könnte ein Fluchtweg sein Oh, da ist ne Leiter Klar, die könnte man natürlich auch nehmen aber Hm Oh ja, da drüber Oh, endlich Ich weiß jetzt nicht genau wie lange ich jetzt noch aufnehme Ich beende jetzt hier erstmal in meinem fünften Part Und wir sehen uns gleich wieder bei meinem sechsten Part giving Schöne Anstieg Chagę Youtuber So Das